so ein daron ios xl haben wir hier heute teil gerade zerlegt auf kundenwünsche weil es eine reklamation ist neupreis 1500 euro habe ich gerade nachgelesen bei spiegel online wurde es mal getestet ja rahmenbruch wollte ich euch nur mal kurz zeigen da liegt der rahmen so sieht er noch aus und gebrochen ist er hier schön weg schön weggebrochen ne das wort schon da hohen ios xl mit rahmenbruch so einfach so schnell kann es gehen 1500 euro nein preis aber da hohen kümmert sich davon mit dieser hohen mit der hohen